Das mit der Schlägerei gerade okay. Hätte den Basie nehmen sollen einfach. Aber das hier ist halt super nervig. Wahrscheinlich haben Leute... Alter, auch noch die Scheiße hier komplett verschoben. Oh nein. Weil das der spaßigste Teil des Spiels ist. Alles wieder neu aufzubauen. Das ist der spaßigste Teil des Spiels. Das ist das schönste was es gibt. Guck mal, ist der Automat sehr groß. Offenbar schon. Oh, mal körperlich und Kaffee. Mehr Kunden. Oh. Smile. Dank ihres lächelnden Gesichts. Mein lächelndes Gesicht. Mehr Trinkgeld. Wie können wir das denn hier steigern? Ich kann das hier stehen lassen eigentlich, ne? Aber... Das mit den Dieben ist halt mega lästig. Und wir haben schon... Wir haben schon... Wir haben ja schon ihn hier. Und die Diebe kommt mal trotzdem noch. Why? Die Frage ist, wie kriegen wir diese Skill-Punkte? Chatty. Kunde werden mit einem angenehmen Gespräch begrüßt. Äh, naja. Sehe ich noch nicht. Und wie kriegen wir das hier automatisiert? Das wäre mir wirklich wichtig. Ich wollte nicht böse kommentieren, aber was für ein Müll. Kommt die, die Scheiße riechen wollen. Muss ich wieder spülen gehen? Muss ich wieder spülen gehen? Alter. Junge. Unnormal. Alter, was? Wieso scheißen die da einfach? Was ist denn? Was ist... Da ist doch immer nicht richtig mit dem. Wieso scheißen die da einfach vor's Waschbecken? Ich will diese Kunden gar nicht haben. Ich will nur noch Arcade-Kunden haben. Der ganze Rest ist aber nur ein dreckiges Pack. Wir müssen die PCs loswerden, ne? Die Küche hätten wir uns sparen können. Komplett. Okay, das ist ein Auftrag. Sehr selbstbewusster Gang. Beeindruckend. Alter. PC-User ist einfach der Dreck. Guck dir das mal an. Guck dir diesen Dreck einfach mal an. Das ist ja widerlich. Arcade-Leute. Krönung der Schöpfung. Aber diese PC-User. Alles. Alles nur Schmutz. So. Ich überlege gerade. Giga-Chat Arcade-Spieler. Ja, ist wirklich so, ne? Arcade-Spieler einfach. Ganzen PC-Leute hier. Was machen wir jetzt mit denen? Ich würde die PCs am liebsten abschaffen, ne? Aber andererseits. Wir verdienen halt viel durch Abverkauf. Ja, komm, hau die Anfrage rein. Let's go. Ich sehe am Rand nur den Dropkick. Ja, was ist mit Konsolen eigentlich? Wir haben jetzt 5000. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, ne? Warte. Ah, kunde-neutralisiert. Alles klar. Krypto. Wir haben ja noch ein bisschen... Wir haben ja auch wieder ein bisschen was, ne? 9000. Ich würde gerne mal so ein Konsolending holen. So ein Konsolentisch. Just for fun. Haben wir noch nie gemacht. Warte, warte, warte. So. Genehmigen. So. Tische. Tische. So. Ja. Achso, Aufträge. Ich... Okay, warte. Konsolentische. Wir haben noch nicht mal ausgebaut. Es nervt schon alles. So. Ich würde sagen, hier. Einfach ein Holztisch. Konsolenspieler geben sich mit weniger zufrieden. Den hier. Und dann brauchen wir noch eine Konsole. Und Gamepads, glaube ich. Hier. Ich würde sagen, die Creme de la Creme. GameStation oder Gamer Pro. Ich immer GameStation, ne? Wobei, der passt besser zu unserem Dekor eigentlich. Aber ist egal. Einmal mal hier. Äh. Konsole. Nehme ich eine GameStation 5. Erstmal. Z-Box machen wir auch noch für den anderen Tisch. Brauchen die auch einen Stuhl? Brauchen Konsolenspieler Stühle? Oh, da muss man auch genehmigen. Man muss Konsolenzeit genehmigen. Oh, großartig. Es riecht widerlich. Das nächste Mal werde ich mit Parfüm gehen. Ja, ich weiß schon, wer da widerlich riecht. Ich bin das nicht. So, das haben wir alles. Okay, cool. Das haben wir alles freigeschaltet. Nice. Ähm. Lampen brauchen wir dann vielleicht auch, ne? Vielleicht nochmal Bilder und so. So. Leute, geht mir doch mit Command nicht auf den Sack gerade. Hört mal auf zu schreiben. Macht dies, macht dies, macht das, macht das. Hört bitte auf damit. Das wird nicht besser, wenn ihr es zehnmal schreibt. Ich weiß, dass ich die Command-App nicht geholt habe. So, Smart Scan abgeschlossen. Backseat Gaming, wieder neues Level. So, wir haben 10.000. Ich bin gerade echt genervt von dem Spiel. Entschuldigung. Aber das Backseat Gaming ist die ganze Zeit so nervig. Oh, danke. Oh. Ich wollte ihn wieder schlagen. Ich wollte ihn schwer schlagen. So. Ich meine, er hat gespült, ne? Der alte Mann hat gespült. Immerhin. So, warte. Keine Scheiße hier. Okay. Aufträge. Ich glaube, du musst das nicht zwingend annehmen. Doch, doch, wenn ich es nicht mache, wird der Rechner nicht freigeschaltet. You know. So, warte. Oh. Genehmigen. So. Haben wir bestellt? Jetzt haben wir bestellt. Dieb ist auch wieder da. Hier ist der Hotdog war. Was für ein schöner Hotdog, Mann. So, Konsole. Ich weiß echt. Ich stelle die erst mal da hin, ne? Playstation erst mal neben das Klo. Warte kurz. So. Was ist denn jetzt schon wieder? Boah, irgendwann klatsche ich dem einen, ne? Irgendwann, äh, gehe ich mit dem Basie auf den los. So, warte. So. Geil. Und ich glaube, der Tisch ist wieder im hintersten Karton, ne? Wie immer. Ähm. Ich mache erst mal da hin. So. Tisch? Tisch. Okay, warte. Okay. Die bräuchten halt wirklich eigentlich eine Couch, ne? Eigentlich. Oder? So. Ich habe das Gefühl, der verpügelte die ganze Zeit ehrliche Kunden, die nicht zahlen konnten. Ich bin unsicher. So. Ist das hier richtig? Ne, ne? So ein Gaming-Chair bei Konsolen? Sag mal. Zwei. Zwei. Zwei Controller. Wir brauchen zwei Controller. Wir brauchen zwei Controller. Natürlich brauchen wir zwei Controller. Das hätte ich wissen müssen. Bin doof. Meinte ich auch zwei Hände. Ja, wie konnte ich denn daran jetzt? Stimmt. Ich spiele Horizon auch immer mit zwei Controllern. Ja. Na cool, dann kann ich jetzt nochmal extra einkaufen. Man braucht immer nur einen Stuhl. Ja, möchte ich dir mal kurz sagen. Man braucht einen Stuhl, aber zwei Controller. Das ist wichtig. Nun ja. Nun ja. Stuhl kann man teilen, haste recht. Kann man sich auf den Schoß setzen einfach. So. Wir müssen unbedingt die Sachen mit dem Obdachlosen irgendwie weiter angehen. Und ich würde gerne meine Rigs weiter upgraden. statt PCs oder Konsolen. So. So, warte. Einer zum Laden, den anderen fürs aktive Zocken. Ja gut, die mieten hier aber keine zehn Stunden, ne? Weiß ich nicht. Unseren Schreibtisch, da können wir glaube ich nichts mitmachen. Ich glaube, das hier ist fest alles. So. Wie sieht es denn nach außen aus? Dankeschön. Boah, gut, dass wir draußen den Bouncer haben, ne? Gott sei Dank. So, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Wenn sie ein 27P-Video öffnen, das fängt an zu verzögern. Der war ein Billo-Rechner, ne? Was für ein Müll. Ja, ganz ehrlich. Das glaube ich sofort. Aufträge. Ein Soda. Na gut. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Die ist glaube ich super. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. So. Ach was. Da spielt mal jemand? Ach, das neue NFT-FIFA, ne? Oh, huch. Das ging mal schnell. So. Einmal bezahlen, bitte. 352 Euro. Der fette Rechner lohnt sich halt auch ein bisschen, ne? Ich glaube, der fette Rechner lohnt sich ein bisschen. Bin mir fast sicher. Wir müssen den Billo-Rechner, wir müssen den Billo-Rechner wegballern. So, warte. Äh, hier. So. Ja, Rucksack müssen wir auch noch holen. Aber der ist momentan nicht so wichtig. So. Die Nebel wallen. So, hier ist Klima. Hier müsste es also eigentlich warm sein. Wir müssen die Temperatur mal durchgehen. Wir haben weniger Beschwerden wegen Kälte, ne? Jetzt so inzwischen. So. Sehr viele Space Racer-Dinger. Äh, hallo? Aber der fette Rechner lohnt sich eigentlich schon. Der kleine nicht. So, warte. Mhm, 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 mhm. Ich würde gerne unten meine, meine Minen, meine Bergarbeiter-Landschaft würde ich gerne ein bisschen upgraden unten. Na, komm mal nach vorne. Na, dann so. So. Okay. Ich würde gerne unsere Mining-Rigs ein bisschen ausbauen, weil ich glaube, dass da wirklich das fetteste Cash liegt. Und weiß, was ich mache. Ach. So, drei Basis brauchen wir, ne? Äh, drei Basis. Wo war denn der Laden? Hier, ne? Ich glaube, dafür brauchen wir wirklich einen Rucksack. Ich will den 3000er-Rucksack haben. Wie kann ich den Rucksack ausrüsten? Wie kann ich den benutzen? Wieso trägt der den in der Hand? Nicht auf dem Rücken. Okay, ah, alles klar. Hab, hab, hab. Alles gut, alles gut. Cool, cool, cool. Äh, Inventar. So, nehmen. Muss das jedes Mal so machen. So. Sie haben was? Sie haben 77 was? Unternehmerische Seelen. Okay. So, das ist unser Freund. Hallo, mein Kumpel. Hier. Mann, es tut mir leid. Ich hab grad kein Geld, um es dir zu geben. Keine Sorge, ich werd's nachholen. Ja, cool, danke für nichts. Später. Gute Idee. Weiß nicht, wie viel Geld wir gerade haben, aber... Okay, das ist super nervig. So, warte. Ist ein bisschen nervig. So, kaufen, kaufen. Ja, aber ganz ehrlich, inzwischen... Inzwischen brauchen wir den Schrott hier nicht mehr. So. Neues Rig kriegen wir nicht, ne? Warte mal. Nein, ein Neuling wie sie kann ich noch mehr Neu-Mining-Tools kaufen. Scheiße. Ich glaub, dafür müssen wir wirklich noch irgendwas skillen. So. Dann... Bude wieder aufmachen. Nur noch 891 Dollar, das ist nicht mehr so viel. Und dann nochmal schnell hier. Und hier. Kommt mir bekannt vor aus dem anderen Game. Bleibt der Wohlgeruch im ganzen Laden? Ja, okay. Ah, okay. Prima. Dann stinkt's hier erstmal nicht. Sag mal, wie schnell geht der Balken nach unten? Hä? So, Anfragen. Genehmigen, genehmigen. So. Und damit ihr euren Frieden habt... Vielleicht kann ich damit ja das Ding automatisieren. Vielleicht ist es ja das. Vielleicht muss ich mich ja reinhacken, um die Anfragen zu automatisieren. Weil's nicht anders geht. Mal gucken. Sonst wüsst ich halt langsam auch nicht mehr. Nein, warte, 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 die Anfragen. Zack. So. De, 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 de. Das Spiel ist das reinste Chaos. Ja. Leider ja. Kann man nicht anders sagen. So, die Command-App müsste auch hier erscheinen eigentlich, ne? Oder? Warum dauert das so lange? Das ist ne fucking Command-App. Oh. Das ist ne fucking Command-App. Was dauert das so lange? Du brauchst mehr Spiele? Du musst mehr Cracken. Wir haben alle Spiele. Wir müssen gar nichts tracken. Wir haben alle Spiele, die es gibt. Und bitte hör auf zu Backseat-Game. Wie oft muss ich's noch sagen? Da ist ja in der Konsole. Oh, warte, warte, warte. Das wollte ich gucken. Warte, warte. Oh, das kenne ich. Das habe ich auch schon gespielt. Nice. Okay, cool. Das hat sich aber nach einem ganz schönen Oschi angehört. Respekt. Okay, warte. Jetzt lauf ich hier die ganze Zeit mit den Sprühdingen in der Gegend rum. Wie die... Shit, wo ist der Feuerlöscher? Wo ist der Feuerlöscher? Der war doch hier. Wo ist der hin? Ist der beim Ausbau verloren gegangen? Da. Der war im Kühlschrank. Der war natürlich im Kühlschrank. Wurde auch sonst sein. So. Okay. Ja, den Billo-Rechner müssen wir wegpacken, ne? Der Billo-Rechner muss weg. War keine gute Idee, den zu kaufen. So, 2000 haben wir jetzt. Automaten sind cool. Automaten brennen nicht. So. Hier, in deine Augen, Junge. Weil du stinkst. Ist das. Ja, da würde ich auch raus machen. Ganz ehrlich. Verstehe ich schon. So. Einmal bezahlen, bitte. Hast du überhaupt Geld? Bestimmt von den Eltern geklaut. Oh, Trinkgeld. Oh. Wir haben 19 Dollar Trinkgeld. Stinkgeld. So. Kriegen wir von dir eigentlich auch Geld, mein Junge? 37 Dollar. Ganz schön low. Ganz schön low. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Ähm. Wie werde ich den Rechner hier los? Verkaufen. In den Mülleimer werfen. Command App ist fertig. Ah, okay. Ich schau mal rein. Bitte geben Sie einen guten EG-Befehl ein. Ah, klar. Cool. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung? Das ist kein Linux. Das ist natürlich DOS. Also bitte, Leute. Was ist denn los bei euch? Ja? Was ist denn los bei euch? So, Help wäre vielleicht schon mal eine gute Idee. Mal gucken. Oder auf Deutsch vielleicht. Oh. Vielleicht auf Deutsch. Hilfe. Oh nein, der Geruch. Warte mal. Irgendwas stinkt hier richtig. Warte mal. Die Dose. Die Dose kann weg. So. Für die Umwelt. Wie viele Dosen braucht man denn da so im Schnitt immer? Gegen den ganzen Gestank. Das ist aber hart. Oh, cool. Ein Dollar. Geil, danke. Ich beschwere mich nicht. Oh nein. Oh nein. Warte mal. Ja, ich ahne es. Hey. Pff. Kann die Command Line auch Kacke wegmachen? Kann die Command Line auch Kacke wegmachen? Ich liebte. Ich bin froh zu gehen. Fünf Sterne. Ich wusste nicht, was sie sagen sollen. Ich finde es schön. Ich interessiere mich nicht viel. Was? W-was? Nun. Mit der Command kann man nur Spiele cracken. Aber ich hab die alle gekauft. Ich brauch die nicht cracken. Und da gibt es beim Crack. Gibt es hier auf dieser... Wo war diese Crack-Seite überhaupt? Nicht bei Apps. Die war, äh... Wir haben noch alle Spiele. Ah, und da kann ich über Join rein. Okay. Ja. Ich mein, können wir machen. Können wir gleich Just for Fun machen. Ob wir das müssen, weiß ich nicht. Wir können ja mal Just for Fun. Wir können ja mal Just for Fun, wenn nicht dauernd okay. Kann ich das kopieren? Kann man mir das zu merken, wenn ich ehrlich bin. Crack. Okay, warte. So. 114, 1250, 32. Leute, nicht eingeben, bitte! Befehl bestätigt. Warten Sie mal. Nicht eingeben. Der denkt, da ist ein Link hier, der Bot. Warcry, easy. Half Game 4. Fett Smoke, Skin Royale. League of Dot. Aufträge, knackbare Spiele. Micracks wie knacken. Wow, ist das hässlich hier alles. Aufträge, knackbare Spiele. Micracks wie knacken. Ah, fuck my life. Ich hätte den Billow-Rechner gar nicht erst holen sollen. Da sitzt nicht mehr jemand dran. Ich verkaufe den. Mir reicht's. So mal, hier. Nimm noch. Hat er mich gerade hochgehoben? Oh, ähm. Das ist keine gute Idee, ne? Kollege. Bitte. Bitte nimm ihn. Ich schmeiß den Rest gleich in den Rucksack und dann passt das schon. Kein Billow-Rechner mehr. Keine qualitätslose Scheiße mehr in unserem geilen Etablissement. 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 Keine qualitätslose Scheiße mehr in unserem geilen Etablissement. Keine qualitätslose Scheiße.